Team an HQ. Wir verfolgen das Ziel. So, okay, weiter geht's. Wir verfolgen das Ziel weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße, so will ich nicht sterben. Ob sich das verhindern lässt? Das ist die ganze richtige Frage. Okay. Ich schaue es sich ein bisschen um. Dann können wir ein bisschen Poker spielen. Ach nee, Quatsch. Puker, genau. Ach, da war nix. Da ist noch was. Nee, ist schon richtig, oder? Gott der Herr. Ja, ich bin richtig. Okay, das wird's ernst. Geht klar. Okay, ich bin richtig. Ketten! Warten Sie! Was zum Teufel haben Sie sich bei dieser Kamikaze-Aktion gedacht? Das sind meine Männer. Entweder Sie folgen mir, oder ich suche mir jemand anderen. Was reden Sie denn da? Wir rücken ab, Soldat. Ihr habt ihn gehört. Abrücken! Wie sollen wir das Ding erledigen, wenn wir es nicht sehen können? Mund halten und weitermachen! Das ist die Frage. Okay. So. So. Wieder nach unten, ne? Um. Hier lang? Ah! Da lang. Vorwärts! Nein, nicht jetzt! Komm! Da lang! Warten! Warte! Dann was er. Krall die Al consuming hat. Das ist ein Verlust! Er hat einen 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 Verlust! Okay. Er hat es nachgeladen auf jeden Fall. Oh shit. Der nächste Tod. Ja, ich weiß. Oh shit. Und wieder der nächste. Er schreit. Ich komme, Mann. Halte durch. Marco, nicht. Bleiben Sie auf Position. Haben Sie gehört? Das ist ein Befehl. Komm herauf. Alter. Okay, wir finden das Drecksvieh und erledigen es schnell und gnadenlos. Das gibt es doch nicht. Der ist auch hinüber. Unfassbar. Wo bist du, du Mestvieh? Da oben! Nein! Endlich zeigst du dein hässliches Gesicht. Oh mein Gott. Es ist da drüben. Alter, was ist denn das hier? Echt? Okay. Schön aufpassen. Nice, 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 nice. Alles gut. Woah. Woah. Du hast meine Männer getötetet. Alter. Ah, nein. Ich komme. Jetzt habe ich ein Problem. Ich hab nichts zu mahlen. 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 Alter! Oh shit! Ich hab nichts zu mahlen. 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 Ich soll sterben. Das ist immer noch nicht genug. Das Ding lebt immer noch. Seine Haut muss dicker geworden sein, unsere Waffen richten nichts aus. Dann müssen wir etwas anderes finden. Alter! Alter! Ah, shit. Ja, Mann! Geschafft. Wir haben das Biest gegrillt. Marco, ist alles okay? Marco! Oh, wir haben es geschafft. Nice, wir haben es geschafft. Okay, wir werden wieder hoch. Hallo? Jetzt. Jetzt sind wir mal genug wieder. Zeit wird's. Oh. Nein, keine Äder. Das ist Wahnsinn. Wir sind hier nicht sicher. Wir müssen weg. Captain! Sucht ihr nach mir? Willkommen in China. Eder! Halt! Uns bleibt keine Wahl. Es muss sein. Er würde dasselbe für uns tun. Oh, shit! Ich weiß gar nicht, was ich schießen soll. Was soll ich denn da machen? Oh, shit. Oh, shit! So. C4. Aber er ist tot. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Scheiße, echt? Okay. Roger! Chris, wir müssen Ruhe bewahren. Ja. Ja. Halt den Mund. Geht es Ihnen überhaupt noch um unsere Mission? Halt den Mund! Mir tun die Männer leid, die gestorben sind, weil sie an sie geglaubt haben. Was ist los mit dem legendären Chris Redfield, hä? Was ist mit ihnen los? Gut, dass Phil nicht sehen kann, was aus ihnen geworden ist. Ich werde mir Ada vorknöpfen. Ich komme mit. Ich komme mit. Ich komme mit. Ich komme mit dem Hafen. HQ an alle Teams. Ada Wong wurde gesichtet. Sie bewegt sich nach Süden zum Hafen. Wir wollen sie lebend. Okay. Ist mir ja Bescheid. Etla.